Nein, das glaube ich nicht. Ich bin vier Tag selber, wenn er nicht früher stirbt. Ich schreibe ja nicht zum Gedanken. Das ist okay. Jetzt haben wir Drusik Hansl. Wie schreien wir Drusik aber ab? T-R-S-E-K 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 Ohne zu klären. T-R-S-E-K Dann hab ich richtig geschrieben. T-R-S-E-K 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 Jetzt waren wir Hansl. War es der dritte Hans? T-R-S-E-K Der dritte Hansl ist schon gegangen. Einmal waren wir sogar schon vier. T-R-S-E-K Ja, mein Bruder, oder? T-R-S-E-K Vier Hansl. Lässt uns einmal zusammen, dann hab ich einen YouTube reingegeben und die drei Hansl. T-R-S-E-K Habe ich einen geschrieben und einen gegeben. T-R-S-E-K Fast in Amerika kannst du einen schauen auf YouTube. T-R-S-E-K Kannst überall anschauen. T-R-S-E-K 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 Lunds haben sie auch. T-R-S-E-K T-R-S-E-K Lunds auch. T-R-S-E-K 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 Ich wollte dich rein gehen, was du erzählt hast, von Torkhoff zum Moskau-Shuttle. Das ist der schönste Muschis. Das ist super. So ist es. Ich wusste nicht mehr. Das war ein Rot-Maschen, da war die Futter und da war Kugelsägen drauf. Kugelsägen? Ja. Die Futter, das hab ich gern. Jetzt ist es okay. Da schwadelt er heute noch drauf. Nein, du schwadelst. Schwitzt du es aus? Nein. Ja. Guck mal hin. Ach so, die Ungarien. Guck mal hin, meine Holten. Ach so. Jeden Tag ein anderer. Ne? Ne Pippehüte. Ne Pippehüte. Ne Pippehüte. Na schau mal. Der Eiskanker und steht nicht. Da ist es, da steht es. Ah, da kommt gerade der Spritz. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Er will gleich tauschen. Ja, da tauschen? Nein. Ja, da ist ja jünger wie meine. Ja, da hat er gar nichts verröhnt. Er ist noch ein Kind, da hat er schon sechs. Dann kriegt er gar nichts tauschen. Na ja, ich will tauschen. Ich bin jetzt wackelt. Ja, ich glaub, du müsst mit mir tauschen. Das hat ja gar nicht verrückt. Das ist eine große Zunge. Ich habe ja. Das ist eine zweite Brat. Ja, das kenne ich ja. Ach so, ach so. Das ist eine große Zunge. Ich habe auch dein geschützt. Ich habe auch dein Glumper, der Schleuchte. Das ist eine große Zunge.